Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Mir geht es heute um die CS-Community, also wie wir als Community so drauf sind im Moment gerade, vor allem in Bezug auf CS2 und was da womöglich meine Bedenken sind in der Hinsicht, zumindest mancher Denkweisen. Ich meine mir da recht gut ein Bild machen zu können, denn ich habe ja über die ganzen Videos und eure Kommentare ein gewisses Feedback zu Features, die aktuell vorhanden sind, die noch nicht vorhanden sind und kann eben alleine schon darüber natürlich einen ganz guten Überblick mir verschaffen, wie denn im Moment gerade die Stimmung ist und ja, was meine Gedanken auch zu der ganzen Sache sind. Let's go! Ich schmeiß die Scheiße aus dem Fensternals! Ich hau ihn weg! Die Scheiße! Ich habe bereits eben erwähnt, dass ich alleine schon über die Videos, aber natürlich auch über die Livestreams immer wieder mitbekommen, wie gerade so der Puls der Community schlägt, also was gerade so abgeht, in welche Richtung hätte man gerne was Neues, wie sieht überhaupt die Grundmeinung oder Gesamtmeinung zu CS2 aus und so weiter und so fort. Natürlich habe ich diesbezüglich nicht nur unsere Community im Blick, sondern habe eben auch auf Twitter und Co. auch in gewissen Foren und auch auf Seiten wie Nein-Gag und so weiter eben immer wieder Sachen, die mir auffallen in Bezug auf CS2, wie die Community zu gewissen Sachen eben denkt und oder sich auch verhält. Was mich aber vor allem zu diesem Video bewegt hat, war ein spezieller Kommentar unter einem meiner Videos, den ich so zum Glück nicht so oft lesen muss, aber der eben dennoch ab und an auftaucht. Ich werde den besagten Kommentar jetzt hier gleich einblenden und euch auch mal vorlesen, natürlich auch die Antworten vorlesen, die andere User gebracht haben und am Ende dann meine geschriebene Antwort vorlesen, aber auch schon live reagieren zu dem, was ich euch halt vom Hauptkommentar so vorlese. Es handelt sich dabei übrigens um ein aktuellstes oder bis gerade eben noch aktuellstes Video Valve's Anti-Cheat-Update. Was macht Valve gegen Cheater? Falls hier jemand reinschauen möchte, das ist hier sicherlich irgendwo verlinkt. Dann fangen wir einfach mal an. Der User schreibt folgendes. Immer erst Cheater im Nachhinein bekämpfen ist nutzlos und wird nie enden und nach einer Zeit wird es wieder wie in CSGO werden, dass nichts passiert. Ich gehe davon aus, dass dieses viel zu spät und nutzlos auf die Sache mit den Cheatern Münzen ist und nicht einfach overall, dass es da um Updates geht, wobei hier auch noch in die Richtung dann auch noch geschossen wird und wie man sich nach 20 Jahren dieselbe Situation bringen kann. Also ich habe leider keine Zahlen von vor 20 Jahren, wie da die Cheater-Misere ausgesehen hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, beim besten Willen nicht, dass sie vor 20 Jahren, das war dann noch vor, ja noch weit vor Go, das war während Source, wann ist Source? Source? Ich glaube 2004? Ja. Also vor 20 Jahren wurde Source released und ich weiß nicht genau, was damit jetzt überhaupt gemeint ist. Also mit 20 Jahren lernen und wir sind am selben Punkt wie damals, falls damit gemeint ist, dass damals die Cheater im Balk gebannt werden und das heute immer noch so ist, also dann weiß dieser jemand nicht, wie man mit Cheatern umgeht. Also es gibt natürlich verschiedenste Herangehensweisen, es gibt die Möglichkeit, dass man natürlich direkt auf gewissen Ebenen im PC guckt, läuft da irgendwas, liest da irgendwas aus dem Spiel heraus, was es nicht sollte, okay, zack, bann und noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Es gibt aber eben auch einfach schlussendlich den Weg, den auch sehr, sehr viele andere gehen, bei dem man mögliche Cheater taggt, überprüft, sind das welche, feststellt, ja, das sind welche, dann sammelt man Daten, sammelt Daten, sammelt Daten und dann haut man die alle auf einem, mit einem Schlag weg. Eine Herangehensweise Stück für Stück, also sobald ich einen Cheater entdecke, banne ich ihn direkt, ist in dem Fall ähnlich, dämlich wie bei einer Mordermittlung, sofort, sobald man etwas findet, jedes Beweismittel, jedes Indiz und so weiter und sofort heraus zu posaunen, weil dann können sich ja die Täter, die das dann mitbekommen, wenn es heraus posaunt wird, darauf gefasst machen und sich ready machen, sich da irgendwie raus zu wiggeln und andere Möglichkeiten eben oder andere Wege gehen, um unbestraft davon zu kommen. Das ist der riesen Nachteil, wenn man einfach sofort, wenn man was gefunden hat, reinbannt. Falls gemeint ist, dass man vor 20 Jahren Cheater-Probleme hatte und heute immer noch Cheater-Probleme hatte, dann kann man als, ich sag mal, klar denkender Mensch nur sagen, dass auch leider in 20 Jahren wahrscheinlich noch Cheater-Probleme vorhanden sein werden, weil man diese Problematik nun mal nicht ein für alle Mal lösen kann. Es ist nicht möglich. Weil genau wie sich Anti-Cheats weiterentwickeln, sich Cheats nun mal auch halt immer weiterentwickeln. Das ist immer und in jedem Spiel so. Es gibt kein Cheat-freies Spiel, es ist immer so. Zu dem Thema Cheater komme ich gleich nochmal etwas genauer, aber ich möchte jetzt hier den Text sukzessive mit euch durchgehen. Also ja, ich weiß nicht genau, was hiermit gemeint ist, dass wir jetzt da sind, wo wir vor 20 Jahren gestanden sind und dass in den 20 Jahren nichts gelernt wurde. Wenn ich, egal welchen Bereich des Spiels, sei es eben das Anti-Cheat oder die Mechanik des Spiels, also Spielmechanik oder die Engine und so weiter und so fort, wenn ich irgendwas damit mit vor 20 Jahren vergleiche, sind wir jetzt auf jeden Fall weiter als damals. Das war noch die Zeit, als du Speedtech Longarm und so weiter, also Cheat-mäßig nutzen konntest. Heutzutage ist es tatsächlich so, das mag vielleicht viele verwundern, dass viele, viele Cheats, die halt früher gingen, einfach nicht mehr gehen. Naja, ich sag dazu, wie gesagt, gleich nochmal was, wir lesen mal weiter. Man hätte CS2 wirklich spielen können und alle haben gehofft, was wir bekommen haben, ist ein 40%-Port von CSGO, wo im Grunde der ganze Content fehlt. Zum letzten Punkt, das ist auf jeden Fall ein großes Ja, auch von meiner Seite aus. Der Content fehlt, ja. Der gesamte, beziehungsweise der Großteil des Contents war am Anfang da, also Danger Zone und so weiter, der ganze Kruscht war drin. Es hat sich aber ganz schnell herausgestellt, dass es nicht richtig funktioniert. Man hat diese neue Engine und will eben nicht einfach einen Port machen, also wir nehmen jetzt Go und schieben es da hin und machen eine 2 hinten dran und machen das GO weg, sondern es soll ein richtiges neues Counter-Strike werden auf einer neuen Engine und nicht einfach nur hin- und hergeschoben. Und sowas kostet nun mal einfach Zeit. Und das ist auch ein großes Ja von mir in der Hinsicht, dass Valve da einfach mit dem Release reingeschissen hat. Erstens müsste da ganz klipp und klar stehen, das ist die CS2 Beta, die wir die ganze Zeit spielen. Wir sind gezwungene Beta-Tester, die ganze Zeit. Und zweitens hätte man halt einfach warten sollen. Mir hätte es überhaupt nichts ausgemacht. Das habe ich in zig Videos und in den letzten paar Jahren geäußert, wenn es einfach erst in zwei, drei oder vier Jahren erschienen wäre. Ich kann warten. Ja, also ich habe eine recht hohe Geduld, sagt man hohe Geduld oder gute Geduld. Ich hätte warten können. Wir hätten, also viele von uns hätten wahrscheinlich warten können. Natürlich hätte es immer noch viele gegeben, die gepinzt hätten. Ich muss endlich kommen. Das sind aber auch die, die jetzt pinzen. Ist es nicht fertig? Man kann nur eins von beiden haben. Entweder kommt was früh und ist unfertig oder es kommt spät und ist fertig. Ich für meinen Teil bin sehr zufrieden, so wie es jetzt läuft. Denn der Vorteil an dieser gezwungenen Beta-Testerei ist, dass wir alle diese Bug-Reports raushauen und dann eben durch gewisse Sprachrohre wie größere YouTuber, Influencer und so weiter, das direkt an Valve weitergeben können. Und es gab viele, viele Updates, die sofort so Schlag auf Schlag nach einem großen Aufschrei nachgereicht wurden. Jetzt nichts mit Left Hand und Pipapo. Das sind wirklich zu spezifische Dinge, die mehr oder weniger in Richtung Content gehen. Und wenn du ein Spiel hast, von dem ja viele behaupten, es ist ja noch gar nicht fertig, dann macht das natürlich am meisten Sinn, das Spiel erst fertig zu machen. Bevor man auf einen unfertigen Haufen auch noch Content drauf schmeißt. Und da ist eine fette Wanze bei mir auf dem Tisch. Was ist denn hier los? So, hab das Viech weggemacht und komme zurück zum Thema. Was hab ich gerade gesagt? Also es ist auf jeden Fall blöd, so wie es gestartet wurde. Aber jetzt ist es nun mal eben so, wie es ist. Ich lese weiter und sage dazu aber auch gleich noch ein paar Takte. Keinen neuen Content, wie Maps oder Skins. Eines der schlechtesten Ranking-Systems, die es so und so nicht richtig funktionieren. Seit gut einem halben Jahr. Und dazu voll mit Hackern. Ja. Gut einem halben Jahr wäre ja dann sechs Monate plus. Ein knappes halbes Jahr wäre fünf, 5,5 Monate. Also einfach nur so vom Sprachverhalten her. Tatsächlich ist CS2 jetzt vier Monate alt. Das ist noch nicht ganz ein halbes Jahr. Und auch nicht ein knappes, würde ich sagen, sondern halt bald ein knappes halbes Jahr. Ich habe tatsächlich ohne Witz schon von Leuten gesagt bekommen, wie kann es sein, dass CS2 nach fast einem Jahr noch nicht fertig ist. Und ich denke, und ich weiß gar nicht, wie ich dann auf sowas... Also wo nehmen denn die Leute die ganze Zeit auf einmal her? Wo dichten die denn hier diese Zeit dazu? Natürlich sieht eine negative Aussage dann besser aus, wenn man sagt, es ist schon seit 20 Jahren da. Aber jetzt mal im Ernst, also Leute, es ist seit vier Monaten released. Es wurde am 27. September 23 released. Oktober, November, Dezember, Januar. Wie lange sie insgesamt daran arbeiten, das ist ja wiederum eine ganz andere Geschichte. Auf die Sache mit dem Content werde ich jetzt einfach recht kurz antworten. Nur weil jetzt kein Content da ist, heißt es nicht, dass kein Content mehr kommt. Ich verstehe die Aufregung darüber nicht ganz. Natürlich würde ich mich auch im Sinne von Content, also YouTube-Content, darüber freuen, wenn was Neues kommt. Weil dann kann ich wieder neue Videos dazu machen. Gerade bei einer Operation ist mega geil, darüber halt Videos zu machen. Aber ich würde mir nie im Leben denken oder einreden, dass es ist jetzt kein Content da, also kommt kein Content mehr. Das war es jetzt. Um nochmal auf den Anfang des Kommentars anzuknüpfen, viel zu spät. Weil daran dachte ich zuerst, so hä, viel zu spät, was viel zu spät. Vor allem, was heißt denn zu spät? Also bezüglich der Spielerzahlen, weil jetzt irgendwie Counter-Speak tot ist oder was? Ich habe jetzt hier mal geschwind diese Steam-Charts geöffnet und mal in die Charts reingeguckt. Das ist jetzt natürlich von CS2, aber logischerweise von Go. CS2 kam halt dann erst hier in diesem Bereich. Das hier unten ist alles Go. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal, ja, einfach die Spielerzahlen an sich anguckst. Hier hast du die Average-Player, die das Spiel eben spielen. Und ein bisschen zurückgehst, dann siehst du jetzt 2016, 2015, da waren es so 300k. So im Schnitt. 300 bis 400k. Dann sind sie ja langsam ein bisschen gefallen. Man hat immer, immer wieder starke Drops und dann auch wieder ein Gain. Und overall natürlich, das siehst du hier oben ja auch in der Grafik, dass du overall ein Gain hast. Auch mit Drops. Hier ist ein Drop, hier ist ein Drop, da ist ein Drop, hier geht es runter, da ist ein Drop, hier ist ein Drop. Aber overall, siehst du, es geht aufwärts. Und auch in den Zahlen sieht man das. Wo 2015 noch, ich sag mal, 350.000 Leute gespielt haben, hast du 2018, ja, immer noch so wenig. Nicht, hä, aber 2019, dann langsam mal die 400.000. Guck mal, was das für eine Jahresspanne ist, wie lange es gedauert hat, bis es dann mal so viele waren. 2020 500.000, dann 700, 800, 600, 700, 500. Sagen wir einfach mal auch im Schnitt wahrscheinlich, keine Ahnung, 500 oder so. Hier immer noch so im Schnitt 500. Und dann kam 2023. Da hat man sich dann gesagt, oh, da kommt wahrscheinlich CS2. Und du siehst, wie es ansteigt. Von seinen davor 500.000 bis 600.000 bis 23.000 auf 800.000, 900.000, über eine Million. Viele stellen hier fest, warte mal, ich habe gar keinen Beta-Zugang, ich gehe wieder. Und verpieseln sich. Und zack, hier haben wieder einige den Zugang bekommen, also werden es hier wieder mehr. Jeder ist hyped, oh, vielleicht habe ich einen, ich muss reingucken. Dann kommt im Oktober der Release. Und gleichzeitig die Feststellung, hm, da ist aber noch nicht viel drin. Ich gehe mal wieder. November immer noch nicht viel drin. Ich gehe mal wieder. Dezember, jo, guck mal da. Ich weiß nicht genau, wann Ringman hinzugefügt wurde. Wahrscheinlich in dem Bereich hier. Und die letzten 30 Tage siehst du 772.000, beziehungsweise jetzt hier vor 10 Minuten 804.000. Wenn du zurückgehst und guckst, wie weit sind wir denn jetzt zurückgefallen auf ein Average 700.000 oder 800.000, dann, du hast hier mal einen kleinen Peak drin. Aber so overall hast du das tatsächlich in diesem gesamten Bereich, ja gut, hier unten ein bisschen, aber hier nicht. Also erst seit 2023 überhaupt sind so viele Leute in Counter-Strike unterwegs. Seit 2023. Januar 2023 726.000, einer später 772.000. Prognose ansteigen, so wie es aussieht zumindest, von den Zahlen her. Und was glaubt ihr, wie diese Zahlen aussehen, wenn das Major kommt, wenn neue Maps hinzukommen, wenn neue Modi hinzukommen? Es ist ja nicht so, dass die Devs sich hinhocken und sagen, so, wir sind jetzt extra auf eine komplett neue Engine umgestiegen, umgestiegen, die uns so unglaublich viele Möglichkeiten gibt, das Spiel auf so viele Arten und Weisen zu verbessern, wovon wir mitunter auch schon vieles geteasert haben in offiziellen Trailern. Aber wir machen nichts. Wer wird, welcher, welcher Vollspack denkt denn so, dass hier nichts kommt? Gut, ich weiß schon, wer und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit halt derjenige, der diesen Kommentar verfasst hat. Hier war dann noch einmal der Punkt, eines der schlechtesten Rankingsystems, die so und so nicht richtig funktionieren. Die Aussage finde ich auch sehr, sehr schwierig. Natürlich war es am Anfang sehr lost, aber das hat man nun mal immer, wenn du ein System nullst und die Leute sich neu einranken müssen, ist es halt einfach so, dass Gute mit Schlechten und so weiter zusammengeworfen werden und spielen, um sich dann erst wieder dieses Ranking-Gefüge aufbauen zu können. Das ist aber auch vollkommen normal, hat nichts mit dem System von CS2 zu tun und auch nicht mit CS2 an sich, sondern es ist halt einfach so. Wenn du komplett nullst, spiel in Silver mit Global Leuten, kurz und knapp gesagt, halt einfach zusammen und dann muss ich das langsam auseinanderdröseln. So was kann eine sehr lange Zeit dauern, vor allem, wenn man nicht oft spielt. Über meine Community erhalte ich diesbezüglich hauptsächlich gutes Feedback. Natürlich gibt es, gab es vor allem auch viele, die am Anfang halt gemeckert haben, aus dem eben genannten Grund, es war halt einfach wild. Dann gab es auch immer wieder Anpassungen. Man hat gemerkt, sie arbeiten noch an dem Rankingsystem, was ich auch sehr, sehr gut fand. Also ich finde es zum Beispiel, so wie es jetzt ist, sehr, sehr gut, wenn du homogene Partien hast. Also zum Beispiel halt jeder deiner Mates auf ungefähr 13k steht, du selbst auch, 12, 13, 14k ungefähr. Und du gehst dann rein, hast du ein sehr gutes Spiel. Wenn du natürlich in einem Mixed Game, und ich spiele alle möglichen Spiele, in einem Mixed Game reingehst, dann kann das auch mal wild werden. Zu meiner ganz kurzen Vergangenheit jetzt hier mit diesem CS2-Ranking-System. Ich wurde auf 3300 eingerankt auf meinem Main-Account. Ich war früher auf Global in Go und dann später Supreme und Lem, weil ich halt nicht mehr aktiv gespielt habe und einfach der Rang dann immer wieder halt verloren gegangen ist. Wurde dann, wie gesagt, bei CS2 in der Season 1 auf 3600 oder so eingerankt. In der Beta-Season war ich, glaube ich, auf 6, 7 oder 8000 eingerankt. Naja, aber die Season 1 ist das Wichtige, da kamen ja dann alle dazu. Auf 3, 6, wie gesagt, eingerankt. Und ich habe mich jetzt hochgewurschelt auf 17, 5, war, glaube ich, mein höchster Rang bis jetzt. 17.500 ELO. Und dieser gesamte Weg hat sich für mich und ich hoffe auch für meine Leute sehr gut angefühlt. Also ich mache das ja immer in den Streams. Ich spiele mit euch dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr, jeden Freitag ab 20 Uhr auf Twitch Counter-Strike. Und meistens 6, 7, 8 Spiele pro Tag oder halt pro Abend. Und das auf jeder ELO. Also High-ELO, unser High-Bereich geht in ELO. Was ist unser höchster Spieler? 23.000, 22.000. Und es geht bis ganz runter Low-ELO auf 1, 2, 3.000 ELO. Ich bewege mich also mehrmals die Woche auf der gesamten ELO-Verteilung, überall. Mal mit homogenen High-, Mid- und Low-Games und dann auch noch mit Mixed-Games, die wir tatsächlich im Moment sogar am meisten machen. Weil wir gerade so stark wachsen, ist es einfacher für mich zu sagen, nach den High-, Mid- und Low-Games, jetzt mache ich Mixed-Games. Es kommen die rein, die einfach noch nicht gespielt haben und der Rang ist egal. Dann haben wir halt einfach mal einen 18.000er, einen 17.000er und dann zwei 8.000er und einen, der auf 12 steht oder so. Und dann hat man halt mal wilde Games und mal nicht, aber da würde ich halt von vornherein sagen, das ist halt auch eine sehr schwierige Ausgangsdingstigung. Wenn ich so eine komplett zusammengemischte Lobby habe, kann ich nicht erwarten, dass meine gegenüberstehende Lobby exakt eine 1-zu-1-Abbildung von meiner ist. Und trotzdem sind unsere Spiele deutlich, deutlich ausgeglichener als noch bei Go. Also bei Go war es viel öfter so, dass wir halt mal diese Zu-Null-Niederlagen oder Wins hatten. Also viel öfter als jetzt bei CS2. Da sind die natürlich auch noch vorhanden, aber viel, viel seltener. Oftmals sehen die Lobbys am Anfang voll wild aus und dann ist es trotzdem ein 13.9 oder 13.10 oder irgendwas noch mit einer kleinen Verlängerung und dann noch auf Unentschieden oder so. Das passiert sehr, sehr oft. Also was ich mir die letzten zwei, drei, vier Monate anhören durfte im Stream, war recht oft, dass die Leute, die bei uns das erste Mal halt da sind oder die ersten paar Male da sind, dass sie noch nie so viele Overtimes erlebt haben. Wir spielen extrem oft auf Overtime und verkacken dann in der Overtime oder gewinnen manchmal auch. Also es ist ein Geben und Nehmen. Aber von unserer Seite oder von meiner Seite aus und ich behaupte, dass ich da halt einen recht guten Blick drauf habe, weil ich so viele Spiele auf so vielen Elen, Blorel von Elo, und mit so vielen verschiedenen Leuten spiele, dass mein Blick da halt so ein bisschen geweiteter ist wie der normale Spieler, der in seinem Bereich sitzt und da feststeckt. Weil ich überall spiele, mit allen Leuten. Und aus meiner Sicht ist das Ranking-System ein sehr gutes. Mir macht das extrem viel Spaß. Ich habe noch nie so gerne Counter-Strike gespielt wie jetzt in CS2, weil ich so gerne auf diesen Rang spiele. Wir haben eine Weile Faceit gespielt und eine sehr lange Zeit E-Sportal gespielt und das hat mich schon immer sehr angetrieben, auf diese Elo zu gehen, also auf diese Punkte. Ich fand das bei Go vor allem, als der Global erreicht war, langweilig, weil man hat nur diese komischen Bilder und es war so uneinsichtig. Es war extrem nebulös, das Ranking-System damals und auch die Anzeige, also du wusstest nicht, wo du stehst, wie viel darf ich jetzt noch verlieren, bis ich downranke, stehe ich kurz vorm Uprank, ich gewinne und kriege einen Downrank her, was ist passiert. Das ist alles seit CS2 weg, weil du genau siehst, was du wie bekommst oder verlierst und meistens kannst du es dir dann zumindest, wenn du dann nach der ersten Aufregung mal genau drüber nachdenkst, auch erklären, woran es wohl liegt. An der Loose-Streak, an der Win-Streak, daran, dass vielleicht dein Team deutlich höher gerankt ist als das andere oder umgekehrt und so weiter und so fort. Meistens kann man sich irgendwie erklären, warum dann auch ich jetzt für dieses Spiel 300 plus und 100 nur Minus bekomme oder umgekehrt. Also ich und ein großer Teil meiner Community und sicherlich auch noch andere finden das System gar nicht so übel. Was ich hier übrigens noch einwerfen möchte, was ich direkt am Anfang machen wollte, aber vergessen habe, ist, dass solche Aussagen an sich aber auch gar nicht schlimm sind. Hat ein schlechtes Ranking-System zum Beispiel. Aber es ist falsch zu sagen, CS2 hat das schlechteste Ranking-System. Sondern man muss in dem Fall, weil jeder halt andere Erfahrungen macht, eigentlich sollte man immer dazu sagen, aus meiner Sicht oder für mich ist das Ranking-System in CS2 sehr schlecht oder das schlechteste überhaupt. Ich habe noch ein paar andere Kommentare, die ich jetzt nicht raussuchen möchte, wo die Leute halt schreiben, das Spiel ist unspielbar. In jeder Lobby sind 300 Cheater. Immer. Also Fakt, Punkt. Dabei muss man eigentlich schreiben, das Spiel ist für mich leider unspielbar. Bei mir sind ganz viele Cheater. Wobei das ja irgendwie logisch ist, der letzte Part. Aber wenn ich eben schreibe, das Spiel ist unspielbar, das sind nur Cheater. Und das liest jemand, der noch nie was von dem Spiel gehört hat, der denkt sich, oh, das Spiel ist unspielbar. Weil das sind nur Cheater. Aber wenn ich diesen Kommentar schreiben würde und so frech wäre wie die Schreibenden, dann würde ich schreiben, das Spiel ist perfekt spielbar, das sind gar keine Cheater. Und welchen Kommentar würde ich wohl eher lesen wollen als neuer Spieler? Natürlich halte ich mich selbst auch an diese Regel und sage halt in dem Fall aus meiner Sicht, für mich, aus meiner Erfahrung heraus, bla bla bla, ist das Spiel sehr gut spielbar. Ich habe bei mir keine Cheater. Doppeldaumen nach oben. Geil. Ich sehe schon, das wird ein langes Video. Das ist ein kleiner Podcast für euch. Kein neuer Content habe ich angeschnackt. Die Sache voll mit Hackern habe ich jetzt ja eben auch angesprochen. Es ist halt einfach bei ihm so. Bei dieser einen speziellen Person mag es sein, dass da nur Hacker sind. Wer sich vom Gegenteil überzeugen möchte, kann gerne in unsere Streams kommen. Wir spielen und spielen und spielen. Dreimal die Woche. Acht, manchmal neun oder zehn Spiele. Letzten Freitag bin ich komplett ins Loch gefallen und konnte nicht aufhören. Und dann könnt ihr ja mal zählen, wie viele Spieler da sind. Also ich zähle null. Und wir spielen ständig. Das ist ein krasser Kontrast zu dem, was dieser jemand halt sagt. Das ist voll mit Hackern. Und ich sage halt, ich spiele mit verschiedenen Leuten auf verschiedenen Trust-Faktoren. In verschiedenen Elen herum. Und da ist alles cool. Warum ist bei dem alles voll mit Hackern? Liegt das an seiner Wahrnehmung? Wenn ihn jemand killt, sagt er dann, oh, der hat an, weil er mich gekillt hat. Oder sind da wirklich Hacker? Was ich nicht bezweifeln möchte. Ich weiß, es gibt unglaublich viele Hacker. Counter-Strike hat ein großes Hacker-Problem. Schon ewig. Weiter im Text. Jeder, der denkt, dass es besser wird, sollte aufwachen. Hört auf, das Spiel zu spielen. Es sind gute 30% gegangen. Ihr seid nicht alleine. Verkauft eure Skins, investiert nichts mehr ins Spiel, sucht euch andere Games. Es gibt genug Alternativen. Ja, also direkt, um zum letzten Punkt zu kommen. Es gibt genug Alternativen. Das Quatsch. Es gibt keine Alternative zu Counter-Strike. Es gibt nur Counter-Strike. Wer jetzt hier mit Valorant kommt... Das ist schon ein bisschen lost. Also wenn Valorant nicht diese ganze Zauberei-Kacke hätte, dann könnte man vielleicht sagen, dass es so ein bisschen ist wie Counter-Strike. Geht so in eine Richtung. Aber es ist keine Alternative. Vor allem nicht jetzt. Bei weitem nicht. Es gibt keine Counter-Strike-Alternative. Es gab damals zu 1.6-Zeiten ein Zitat. Ich weiß leider nicht mehr, von wem das war. Das ist auch durch die Netzwelt gegangen. Und es war irgendwie, Counter-Strike ist das ungeschnittene Kokain der Ego-Shooter-Szene. Das ist Counter-Strike. Das Spiel. Der Ego-Shooter. Das Auto. Und es gibt dazu keine Alternative. Es gibt sicherlich viele Möchtegern-Spiele, die in die Richtung gehen. Aber sowas wie Counter-Strike, das seit über 20 Jahren reinballert, kannst du nicht so einfach so von der Seite angelaufen kommen. Hallo, hallo, hallo. Ich habe auch Waffen in meinem Spiel. Um es hier nicht komplett auszuschweifen, weil ich sehe schon, ich bin bei 40 Minuten Aufnahmezeit. Gehen wir einfach noch kurz die anderen Kommentare durch. Und dann schaue ich, wie ich das hier am besten beende. Hier kommt dann User 2 mit folgendem Kommentar. Leider muss ich sagen, dass du keine Ahnung hast von dem, was du schreibst. Also sowas ist natürlich immer sehr angreifend, wenn man jemandem unterstellt, dass er keine Ahnung hat. Also wenn man sowas schreibt, kann man natürlich in dem Zusammenhang machen, dass dieses Feeling kommt einem, wenn man den ersten Kommentar liest. Das stimmt. Aber wenn man sowas schreibt, kriegt man dann natürlich meistens halt irgendwas Dämliches zurück auf die Ohren. Selbst wenn man recht hatte oder hat mit der Aussage. Naja, weiter geht's. Nenn mir zwei Alternativen mit einer annähernd so guten Pro-Szene wie Counter-Strike. Valve hat, und das ist Fakt, das Spiel zu früh an den Mann gebracht. Das fehlende Anti-Cheat und der Content ist und sind klare Probleme. Fehlendes Anti-Cheat, es ist ja schon, es ist eins da. Ich sag nicht, dass es gut ist, aber es ist eins da. Und wenn man dann wiederum den Trust-Faktor da mit reinzieht. Ich weiß, Trust-Faktor ist kein Anti-Cheat. Was aber auch gleichzeitig ja das Geile ist. Denn es ist ein vom Anti-Cheat unabhängiges System, das dafür sorgt, dass du nicht mit Cheatern connecten musst oder gegen die spielst. Deswegen, das würde ich jetzt nicht ganz sagen. Es ist ein Anti-Cheat da, ganz einfach. Es fehlt keins, es ist eins da. Gut ist es nicht, ja. Und der Content fehlt und das sind Probleme. Das ist auch richtig. Allerdings wird stetig etwas am Spiel geändert. Große Updates, eventuell sogar Operationen und endlich gut ist an den Cheat angekündigt. Wenn auch nur geleakt. Updates werden kommen. Content wird dazukommen. CSGO war am Anfang ein brennender, stinkender Haufen Müll. Von dem auch so viele behauptet haben, auch die Profis und so weiter. Das ist der letzte Counter-Strike-Teil. Sowers war das letzte Gute. Komm, sind wir ehrlich, eigentlich 1.6. Und Go kannst du in die Tonne kicken. Das ist Trash. Und wie stand Go am Ende dann auch über 10 Jahren? Sehr solide, würde ich behaupten, ne? Und wir sind jetzt hier bei 4 Monaten. 4. Ich weiß nicht genau, wann die ersten großen Updates bei Go kamen. Ich weiß aber, dass halt sowas wie Wingman zum Beispiel erst Jahre später dazukam. Oder Flying Scoutsman erst nach Jahren dazukam. Wobei das ein verschissener Modus ist, aber egal. Oder auch Danger Zone. Das kam erst viele, viele Jahre nach Release überhaupt dazu. Das ist natürlich keine Entschuldigung, dass es jetzt noch nicht da ist. Die Erklärung, warum es noch nicht da ist, habe ich geliefert. Weil es nicht funktioniert hat und einfach gut werden soll. Ich denke, das will jeder von uns eigentlich, tief in unserem Herzen. Wollen wir nicht, dass der Modus jetzt sofort da ist. Sondern wir wollen, dass er irgendwann kommt und gut ist. Wer will jetzt sofort einen kaputten Modus, wenn er später dann Geilen haben kann? Die Sache mit dem Anti-Cheat ist sicherlich schwierig. Weil, wie gesagt, in der Hinsicht wird es nie großartige Nachrichten geben. Selbst wenn Valve das beste Anti-Cheat der Welt im Hintergrund laufen lassen würde oder an den Start bringen würde, würden da keine großen Updates in die Richtung kommen, weil es nicht gut ist, sowas zu publishen. Die Cheater sollen gar nicht wissen, wogegen sie zu kämpfen haben. Die sollen nur merken, dass sie gefistet werden. Mehr nicht. Lesen wir mal weiter. Es ist immer leichter, mit der Masse zu gehen und einfach das zu copy-pasten, was andere sagen. Setz dich mal zehn Minuten hin und beschäftig dich richtig mit dem Spiel und der Materie darum. Es ist, wie Pasha Biceps gesagt hat, es ist nicht zu spät, CS2 zum besten Spiel aller Zeiten zu machen. Punkt aus. Das ist vollkommen richtig, ja. Auch hier nochmal, um zu spät aufzugreifen, es kann nie im Leben nach vier Monaten zu spät sein. Also, wenn, ich sag mal, das Spiel, so wie es jetzt ist, einfach noch vier Jahre weiter so stehen bleiben würde, dann würde ich sagen, hm, aber alleine schon anhand der ersten Update-Wellen der letzten paar Monate, gigabyteweise wurde ein fixes nachgereicht und hinterhergedrückt. Es wurde so krass daran gearbeitet, dass das Spiel einfach in seinen Grundfesten gut dasteht. Alleine wenn man das betrachtet, erkennt man doch, dass da Aufwand betrieben wird und Passion dahinter steckt, dass da was passiert. Es ist ja nicht so, dass gar nichts passiert. Sind euch mal die letzten paar Updates abgefallen? Gerade heute, am 29.01., ich mach Steam an und sehe wieder 400 irgendwas. Ein 400 Megabyte großes Update wurde einfach mal wieder hochgeladen, ohne Update-News dazu. Die letzten zweieinhalb bis drei Wochen wurden gigabyteweise Updates hochgeladen, ohne Dokumentation. Was passiert da wohl? Man weiß es nicht. Vielleicht soll einfach nur Fix-System im Hintergrund gedrückt werden. Aber man erkennt auch ganz klar, dass da was gemacht wird. Also User 2, sehr schöner Kommentar. Ich hab das Video von Pasha Biceps nicht gesehen, aber ja, also wer jetzt, wie gesagt, nach vier Monaten des Releases behauptet, es ist vorbei und das wird nichts mehr, der ist entweder von Anfang an kein Counter-Strike-Fan gewesen oder ist halt absolut butthurt, weil CSGO weg ist. Was auch kein feiner Move war. CS Source ist für mich, war mein Counter-Strike. Das ist aus meinen Augen, na gut, mit 1.6 das Beste zusammen. Ich weiß, die ganzen alten Hasen wollen mich gerne schlagen und sagen, nein, 1.6 ist das einzig Wahre und Source war Trash. Aber mir hat Source halt gut gefallen. Das war mein Counter-Strike. Da hab ich tausende Stunden reingesteckt. Das war das, ja, das war meine Primetime auch von Counter-Strike. Auch so im Sinne von Skill und so weiter und so fort. In Go bin ich einfach als YouTube-Rentner rein und hab da so ein bisschen mitgemischt. Aber hab das nie wirklich ernst. Mir hat auch Go nie gefallen. Ich war immer der, der dagegen geschossen hat und das eigentlich scheiße fand. Du kommst rein, hast irgendwelche bunten Waffen. Da fuck, sind wir hier in Barbie oder was? Also das waren so die ersten Gedanken. Und sicherlich hatte ich damals auch, gerade weil mich es auch gestört hat, dass wegen Go halt Source in der Beliebtheit oder halt vielmehr in der Bespieltheit gesunken ist, war ich natürlich auch eine Weile butthurt und hab gesagt, ja, Go, Scheiß, Tracker, das wird nichts. Und da war ich nicht der Einzige. Aber du wusstest eigentlich genau, wenn du so ein bisschen reflektiert hast, dass man halt einfach nur stinkig ist, dass was Neues da ist, dass das Alte überdeckt. Muss man sich eingestehen. Aber ja, fast 50 Minuten Aufnahmezeit, schnell weiter. Wobei, ich sehe gerade hier fehlt ein Kommentar von User1, der den ersten Kursstil geschrieben hat. Antworten 6, 1, 2, 3, 4, 5. Das wird mir nicht angezeigt. Hat der das gelöscht oder was? War ihm vielleicht peinlich. Ich gehe einfach nochmal kurz über meinen Videomanager dahin. Vielleicht sehe ich hier den Kommentar. Ja, das ist jetzt schade, weil das war dämlich. Also so aus dem Gedächtnis heraus hat er dann, also User1 folgendes, auf User2 geschrieben. Du hast keine Ahnung mit deinen 20 Jahren. Ich bin 37 Jahre und kenne mich mit IT und mit den Profis aus. Ich habe früher mit den Profis zusammen geredet und die finden, ach gut, was haben die? Es war so ein Moment, wo du dir denkst, oh Gott, okay. Es war richtig peinlich, wo dir das wahrscheinlich ist deswegen gelöscht. Oder aber es wird mir nicht angezeigt, weil ich sehe immer noch hier sechs Antworten. Ich sehe aber nur fünf. Er hat dann praktisch User2 halt angepimmelt und er ist ja schon so alt und hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Und User2 hätte keine Ahnung, aber er, User1, hat ganz viel Ahnung. Und das ist so, weil es so ist. Dann kommt User3 dazu und schreibt, nein, es gibt keine guten Alternativen. Die einzige wirkliche Alternative im CS-Stil ist Valorant. CS2 ist im Prinzip sehr gut. Ich finde das Gunplay etc. wesentlich besser als in Go, nur eben fehlt der Content, welcher überarbeitet noch erscheinen wird. Die Spielerzahlen sind sehr ähnlich, wie sie in Go waren, vor der CS2-Ankündigung. Also keine Ahnung, wovon du redest. Lass die Leute spielen, was sie wollen. CS2 hat noch einen langen Weg vor sich, um perfekt zu sein, aber es ist noch sehr weit entfernt, um ein schlechtes Spiel zu sein. Hier liest man heraus, dass hier einfach jemand kommentiert, der auch wirklich ein Hirn hat. So wie auch User2, der sich tatsächlich auch mal damit halt auseinandergesetzt hat und darüber nachgedacht hat. Vielleicht auch mal in die Richtung, wie werden Spiele entwickelt, wie ist es in der Vergangenheit so gelaufen, was hat Valve in der Vergangenheit so gemacht und so weiter und so fort. Daraufhin kommt User4 und schreibt, bevor Counter-Strike stirbt, muss es einen richtigen Konkurrenten geben. Valorant und CS sind einfach zu unterschiedlich. Finde ich auch vollkommen richtig. Wobei ich auch nicht zwingend sage, dass es der Konkurrent ist, der großartig fehlt. Man müsste wirklich auch noch große Fehler in Counter-Strike selbst begehen, um auszustermen. Darauf antwortet dann wieder User2. Sehr richtig, gutes Zusammenfassung, mein Lieber. Gute wahrscheinlich. Und alleine hier merkt man natürlich, dass man hier schon drei oder ich sag mal zwei Leute hat, die auf so einen Dödel kommen. Was aber trotzdem ein krasses Verhältnis wäre, dass auf zwei normale CS-Fans dann ein so ein Dödel kommt, der komplett reinscheißt. Aber naja, darauf folgt dann noch meine Antwort. Und jetzt hier nicht wundern mit den 37 Jahren, das war halt in seinem Kommentar gestanden, der scheinbar gelöscht ist oder mir halt einfach ums Verrecken nicht angezeigt wird. Ihr könnt ja selbst nachgucken, dann seht ihr auch, wer kommentiert hat halt. Mein Kommentar liest sich wie folgt. Dein Ansatz wirkt sehr kurzsichtig, man merkt dir deine 37 Jahre nicht an. Ja, da habe ich ähnlich gestartet wie der zweite User. Leider muss ich sagen, dass du keine Ahnung hast. Es geht so ein bisschen in die Richtung. Ich konnte es dann doch nicht lassen, weil gerade der zweite Kommentar so absolut dämlich war. Dass ich einfach anmerken musste, dass man diese 37 Jahre beim besten Willen nicht anmerkt. Weiter mit meinem Kommentar. Jeder neue CS-Release hat in einem guten Teil der Community exakt dieselbe Reaktion ausgelöst. Der neue Teil ist kacke. Es fehlt ein gescheites Anti-Cheat. CS wird mit genau diesem Teil aussterben. Hört lieber direkt auf und spielt lieber was anderes und so weiter und so fort. Da ich halt schon ein alter Bock bin, so wie er eigentlich auch einer sein sollte mit 37 Jahren, habe ich halt einfach mitbekommen, wie es von 1.6 auf Source gelaufen ist, wie es von Source auf Go gelaufen ist und wie es jetzt eben auch auf CS2 halt hinausläuft. Und es ist exakt dasselbe Pattern die ganze Zeit. Das erste Mal habe ich das beim Release von Source zu Ohren bekommen. Bei Go war es genauso und jetzt sind wir, wo wir eben sind. Valve hat vor allem mit ihrem Produkt CS noch nie nicht abgeliefert. Schau dir an, wie die Bekanntheit von Teil zu Teil größer geworden ist. Zu meiner Anfangszeit, Ende 1.6, Start Source, 2000, 2001, 2002 und so weiter, kannten das Spiel bereits sehr viele. Es wurde aber nur von einem sehr kleinen Teil meines Freunden- und Bekanntenkreises gespielt. Auch meine Kumpels aus der Schule waren da also nicht investiert großartig. Das waren zwei, die das mit mir zusammen gespielt haben, der Rest nicht. Bereits zu Go hat gefühlt jeder und seine Mutter gezockt und mit CS2 ist nochmal ein dicker Haufen dazugekommen. Als Go wirklich richtig on point war, das war mitten in meiner Studienzeit und da hat jeder, also zumindest jeder männliche Kommilitone, Go gespielt und es gekannt und hat, wie ist dein Rank gefragt und wie ist deine und dann haben sie von Skins erzählt und bla bla bla. Es ist also einfach seitdem mehr oder weniger in aller Munde. Die, die dem Spiel im Moment den Rücken kehren, kommen sowieso wieder zurück, so wie immer eben. CS ist kein Spiel, das ausstirbt. Es ist ein Spiel, das man halt mal deinstalliert, wenn man schlechte Runden hatte, das Anti-Cheat nicht mag oder mit dem aktuellen Content nicht zufrieden ist. Doch am Ende kommen sie immer wieder zurück. Das sind eben auch Insights, die ich über meinen Beruf, also über meine Community und so weiter sammeln konnte. Ich könnte jetzt tatsächlich keinen einzigen User aufzählen, der mit Counter-Strike komplett aufgehört hat und nicht irgendwann wiedergekommen ist. Manche haben tatsächlich ein, zwei, drei Jahre einfach aufgehört und sind dann auf einmal zu CS2 wieder da. Ich gucke mal rein, wie es so ist und so weiter und so fort. Und selbst wenn man dann wieder geht, weil zu wenig Content da ist, kommen die ja sowieso wieder wieder, wenn dein Content da ist. Weiter im Text. Also eigentlich hat mein letzter Kommentar bereits alles gesagt. Updates werden kommen, es wird Content kommen, der ganze Kruscht passiert. Wer im vollen Ernst glaubt, dass die Devs sich sagen, ja, geil, Mann, Premiere, Competitive Wingman, so lassen wir es. Der ist halt wirklich, 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 ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach, es ist irgendwie dumm. So wie wenn du von einem neuen Spiel hörst, das entwickelt wird, was weiß ich, Halo 12, und du hörst am Anfang der Entwicklung, dass da was passiert und guckst dir dann vielleicht, weil du Insights hast, genau an, was bis jetzt fertig ist und du siehst, dass fünf Artworks und ein paar Zeilen Code fertig sind und dann bricht für dich die Welt zusammen, weil du sagst, oh nein, das Spiel ist ja, ist ja gar nicht fertig. Scheiße. Das kommt ja dann. Es wird ja fertig gemacht. Ja, ich wollte das einfach mal ausspeichern, weil solche Kommentare halt immer mal wieder tatsächlich eingebaut sind zwischen den normalen Kommentaren. Du hast ab und an Sachen, ich lese dir auch manchmal im Stream vor, weil manche schreiben echt so, als hätten sie mehrere Bretter, einen ganzen Obi-Handel einfach vor ihrem Kopf. Also ab und an ist es Wahnsinn, wirklich komplett Wahnsinn, was Leute schreiben und manchmal ein bisschen weniger Wahnsinn, so wie das, was ich jetzt eben gezeigt habe, dieser Initialkommentar, der halt einfach einen enttäuschten User schreibt, der aber scheinbar den Bezug zur Realität verloren hat und nicht weiß, dass sowas halt weitergeht und nicht einfach bei dieser Standbildaufnahme bleibt. Und so war es jetzt. Und das war, ne, zack. Also, ja, ich weiß auch nicht. Abschließende Worte von mir an die Community. Wenn du jemand bist, der sich sehr darüber beschwert oder sehr aufregt, dass er gegen Cheater spielt, vielen lieben Dank für den Einkauf bei Holy Allah. OBS haut mir immer den Sound raus und ich sehe den Alert auch für euch, wird der nicht aufgenommen. Ja, es ist sehr, sehr einfach, sich bei dieser Cheater-Problematik zu beschweren und zu sagen, scheiß an die Cheater, bäh. Die wenigsten, die sich darüber aufregen, fragen sich aber, hm, warum regen sich eigentlich nicht alle darüber auf? Beziehungsweise vielleicht glauben sie das, weil sie sich natürlich auch in der Aufregebubble befinden. Das heißt, jeder, den sie so mitkriegen, regt sich ja auch auf und man hört eh ungern andere Stimmen, deswegen werden die direkt ausgecancelt, so wie dieses Video hier für die meisten wahrscheinlich, die sich darüber aufregen, weil man das gar nicht hören will von wegen, wie, das sind keine Cheater? Sobald ich in der Lage wäre und ich würde hören, warte mal, andere Leute haben keine Cheater oder ganz wenige nur, wie kann das sein und wie komme ich da hin? Das wären meine Gedanken. Und in der Hinsicht gibt es einen Begriff, Trust-Faktor. Damit könnt ihr steuern, gegen wie viel Cheater ihr kämpft und euren Trust-Faktor könnt ihr beeinflussen. Natürlich, logischerweise. Dazu gibt es viele, viele Videos. Ich habe selbst auch ein, zwei, drei Videos, glaube ich, gemacht, wie man den Trust-Faktor verbessern kann, wie der Trust-Faktor funktioniert und so weiter und so fort. Das kann man sich ja alles angucken. Einfach Trust-Faktor, der Dummba-Blab bei YouTube und mal durchgucken. Das ist also eine Problematik, die zwar natürlich von Valve angegangen werden muss, ich will ja auf gar keinen Fall irgendwie hier Opfer-Shaming oder wie das heißt machen, von wegen ihr seid auch selbst schuld. Es gibt Spiele, da gibt es weniger Cheater und es gibt Spiele, da gibt es sehr viele Cheater. Das hat alles natürlich was mit dem Anti-Cheat zu tun, auf welcher Ebene das arbeitet und so weiter und so fort. Und Valve könnte da auf jeden Fall noch viel machen, beziehungsweise macht sicherlich auch noch viel, um immer besser zu werden. Wenn es das nicht machen würde, würden die Cheats, die vor 20 Jahren funktioniert haben, auch heute noch funktionieren. Aber das ist nicht so. Egal, ich will jetzt nicht noch in dieses Thema wieder reinverfallen, weil das ist halt immer dieses Hin- und Hergedrehe, weil du kannst jemanden auch nicht davon überzeugen. Wer feste glaubt, kann das bei Kacka kein Anti-Cheat, dem kannst du nichts anderes beibringen. Das geht nicht. Deswegen lassen wir das Thema jetzt auch direkt wieder. Ich gebe euch ja nur einen Tipp an die Hand, guckt mal mit dem Schwastfaktor, ob ihr da nicht vielleicht was machen könnt. Es hat einen Grund, warum ich in meinen Spielen keine Cheater habe. Bezüglich Content kann ich mich nur fragen, warum so viele scheinbar so eine geringe Zündschnur oder vielmehr so einen geringen Geduldsfaden haben. Das Spiel ist jetzt seit vier Monaten released. Natürlich haben sie es davor schon geschafft, bla 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 bla, aber es geht immer um den Release. Bei Go sage ich ja auch nicht, oh, Go hat Danger Zone nicht sofort von Release ab da gehabt, sondern erst fünf Jahre danach. Wir zählen fairerweise bei jedem Beispiel ab dem Release und es dauert nun mal einfach, bis die Sachen kommen. Ja, die waren früher da, die gingen jetzt halt nicht richtig, also wollen sie es richtig machen. Ich finde die Idee sehr gut, oder diesen Gedanken extrem gut sogar, dass man nichts Halbarschiges rausscheißen möchte, sondern sich sagt, wir werden jetzt wirklich vom Grund auf das Spiel gut machen. Und nicht so messy wie in Go, sondern also die Grundstruktur soll einfach richtig, richtig bombig sein. Und von meiner Seite aus, und wenn man die Zahlen betrachtet, auch aus der Sicht der, dem Großteil der Community, haben sie auch alle Zeit der Welt. Das Spiel soll einfach weiterhin Stück für Stück verbessert werden. Denn mit dieser neuen Engine, die wir jetzt endlich in unseren Händen halten können, oder die Entwickler in ihren Händen halten, kann man extrem viel machen. Man kann so viele Dinge, die früher in Go einfach nicht funktioniert haben, weil die Engine halt verschissen alt war, die kann man jetzt angehen. Und sicherlich wird viel davon noch lange dauern. Aber irgendwann ist es da. Und da keiner von uns auf der Zug muss, also in Eile ist, ist doch alles chillig. Ja, das wär's dann von mir gewesen. Mal gucken, wie lang dieses Video wird. Viel Spaß beim Zuhören. Macht's gut. Live-Stream, Skin-Giveaways, later.